Ahhhh... Jetzt ein Schnellreisesystem. Kaios, kannst du dich nicht verwandeln, um uns hier schneller hinzubringen? Räufst du langsam! Es ist doch schön, dass die hinter uns sind. Dann kann ich vorne schnell fliehen. Ja, wir sind gleich da, Leute! Ihr braucht nicht zu weinen. Guckt mal, da vorne ist schon das Tor. Weinen! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Ach komm schon! Tschüüss! Auf immer wiedersehen! War schön, euch nicht gekannt zu haben. So. Notor. Was mag ich die anderen Flaschen? Naja. Hoffentlich kann ich, ne? Beim Ost-Tor einkaufen. Hallo Mister, ich habe Gold von deinem Sohnemann für dich. Ich nehme an, dass es ein Sohnemann ist von so zu uns. Ne, dein. Ach, whatever. Pech. Das ist jetzt dein Sohnemann, falls nicht, dann ist er trotzdem. Du hast ihn jetzt adoptiert. I received word from Sir Corum that you deliver the scriptures. Cum said this is for restoring the scriptures. Many thanks. I can put this to great use in funding my missionary work. Let me give you a potion as a reward for your assistance. 3000 Geld. Hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt, he? And this region is rather cold compared to Janna. Let me teach you how to cook a dish that will warm you up. Borscht? Okay, was ist das? I could not have done this without you. May May God bless you and keep you. Missionary! Yay! I teach you for Caius. 30. Proof that you help Father Norr, Tom. 30 tp. 30 tp. Was Besseres als 30 tp plus? Ach nein. Das sieht auch lecker aus. Irgendein Eintopf. Soooo. Jetzt laufen wir nochmal den ganzen Weg zurück zum Osttor. Aber hey. Das ist ein langer Weg. Was mit Monstern in der Fresse, ne? Tschüss, ihr grisigen Schildkröten. Du 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 du. Was mit Cortini, hm? Ist da schon wieder etwas Böses im Buch? Ja. Erepting! Uns böse Sachen antun. Ja, komm. Böse. 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 Leute! Aufhören! Wir können auch aus Türchen wieder kämpfen. Fuck not now! Ich bin in Heiliger Mission unterwegs. Ich hab gesagt, ich bin in Heiliger Mission unterwegs. Stört mich nicht. Hämma, die Besserwisser! He he! Du bist schon ein Heiligemission unterwegs, aber doch erst durch das Spiel! Ja, aufhören dich anzugreifen und gleich geht die Sonne wieder unter! Hajo, schnell! Du hast jetzt einen Wettlauf gegen die Zeit! Auch dafür, dass du immer angegriffen wirst. Nichts da! Händ mich mal! Ich lass mich nicht davon abbringen! Wir werden heute noch beim Osthorn kommen! Das wird doch ganz schön knapp! Die Nacht wird reinfallen! Kajus, renn! Denn wie du noch nie gerannt bist! Was für dunkel! Du wirst zu Monster kommen, um dich zu holen! Und ignorier! Alles andere! Do it! Do it now! Ah, das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig! Kajus, du bist zu langsam! Guck mal die Wand! Die Mauer! Na? Na? Offenbar die Mauer! Und da kommen die Nacht über uns hinein! Aber zuerst kommt ein Monster! Was ist mein Monster? Das sind die Sterne, von denen du gesprochen hast, Chicken! Na ja! Die Schwarzfedern der Vögel kann man schon so als sternförmig betrachten! Oder weniger! Nein! Die sind runtergegangen! Ey, die sind fast da! Drei! Zwei! Zwei! Boom! Eastgate! Welcome back! Wie geht's da eigentlich lang? Darf ich da hin? Nix hier! Okay! Wie du meinst! Blue Stone! Red Stone! Hier ist auf jeden Fall wieder ein Speichelpunkt! Ich sollte speichern! Ich weiß nicht, ob ich mit dir schon reden will! Ich muss erstmal hier unten gucken! Gibt's hier Shops? Opal! Ah! Rüstungstypi! Nur Waffen hast du? Sabber! Haha! Aber... Die sind alle so schlecht! Hab ich schon! Alles ausgerüstet! Danke trotzdem! Danke trotzdem! I would advise you not to make the journey without good preparation! And a real good reason! Okay, dahinter geht das dann! Was sagt die andere Woche? I'm starving! Mommy isn't dinner already ready? Already yet? Oh, hat da wer Hunger und träumt von Essen von Mommy? Ist da auch irgendwas? Was ich klauen kann? Nö! In der Kiste? Darius Emblem! Mir kommen gerade... Erinnerungen an Täter Fantasia zurück! Gibt das hier auch so ein ekelhaftes Rätsel, wo ich dieses DIRRES Emblem brauche? Chicken, das war Accessoire, das Emblem. Gnauigkeit! Gnauigkeit! Ist irgendwie so ne düstere Stimmung am Osttor! Gnauigkeit auf den Tischen! Neues Passwort! And looking for Facewing you can use in the outside world! Ja. 版 Das Tisch kann ich nicht, das ist unfair. 150 galt. Äh, 1500 Chicken. Items. Sag mir, du hast magische Augen. Danke. Ach. Yes! Äh, was machst du? Lemon Apple und Pineapple. So, und sogar hier noch für mich. Zwei Zelte. So die Shards sind jetzt kaufbar. Ach so schön! Ah, da Kea Bottle. Mach das mit den Statuseffekten. Erholen. Äh. Hm, vielleicht die Nummer 2. Dann hab ich von beiden 8. Ja. Thank you very much! Ja. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ist eigentlich alle geheilt? Kaios Tilkes ist nicht geheilt. 100 galt, ja. Neue Detail, neue Detail everywhere. I hope you enjoyed your stay. Ja, weil Schlaf so viel Spaß macht. Ich könnte den ganzen Tag schlafen. Prove that you frequently run from battle. Es tut mir neid! Aber ich wollte jetzt nicht die ganze Folge damit verbringen. Einmal hin zum Nottor zu laufen mit Monsterkämpfen und zurück auch noch mit Monsterkämpfen. Das würde ja 500 Folgen dauern! Nein! Aber Geschwindigkeit auf... ...90? ...90? Wie viel... ...hätte ich... Ist der schon verlockend, ne? ... 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